Was ist Cybermobbing? Cybermobbing ist, wenn man auf Social Media Plattformen gemobbt wird, in denen beleidigende Kommentare von anonymen Leuten geschrieben werden. Opfer werden oft depressiv und leiden massiv darunter. Was kann man dagegen tun? Schritt 1. Hole die Hilfe bei Erwachsenen oder Mitschülern. Schritt 2. Gehe aus den Gruppen oder Chats, worüber du gemobbt wirst, heraus. Schritt 3. Melde die Gruppen, wenn möglich. Was sagt das Gesetz? Cybermobbing ist nicht direkt strafbar. Aber es gibt ein Strafgesetzbuch. In dem Buch sind Rechte wie Recht am eigenen Bild oder auch Schutz vor Beleidigung. Beleidigungen über das Internet sind strafbar und können mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft werden. JK für salete. Mach mal weiter. Mach mal nochmal. Mach mal nochmal. Komm mal!